Kinder und Jugendangeln des AVL Leipzig am Wurzner Kanal zwischen der Vereinigten Mulde und der Stadt Wurzen. Kinder und Jugendliche einiger Vereine des AVL sind hier zusammengekommen und versuchen heute die Schuppenträger zu überlisten. Mal sehen was wird. Es ist sieben Uhr. Das gemeinsame Angeln beginnt acht Uhr. Der Himmel ist bedeckt und es ist recht frisch. Sie werden bestimmt schon öfters hier he. Die ist nur der Dieve in der Mitte. 2-3 Meter. Oder schlafen Sie gut. Ich muss das schon mal ein bisschen festhalten. Da sieht es von uns. Sie wissen gar nicht wie es aussieht. Die war noch nie hier. Ich öff noch nie. Und das kann man gleich noch etwas zum Anzug reinziehen. Da ist das so hart verteilt. Mhhh. Der Handrund. Der Stipppunkt da ist. Wir werden fertig gemacht. Öhne Rolle. Da haben die 15er Karten wieder leichtes Spiel dann gesetzt. Mit Knicklicht. Und da am Böhm. Zwanzer geflochtenes Herz für Feuerfahrt. Und lauter kleine Wurmstückchen drauf. Und eh die dort wieder reinziehen können und ihren Unterschlupf. Mhhh. Schön Rollenmontage. Und da haben wir den ganzen Flaschen da. Der ist ganz schön. Und da kommen wir und wir beim Straßen macht den einen Flaschabeyer. Okay. Hmm. 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 Zwei! Das ist für mich jetzt fressend denkend. Das ist auch ein bisschen zu Hause. 420? Platz 8, ha! Ja, Platz 8, ha! Okay. Das. Das wird der Rechner, die auf der Eiswahl tun. So, Auswertung, Königs Hangheins. Gewinn du es mit 10 Fischern und 870 Gramm. Der Riebel drauf ist. Das ist er. Mein Glückwunsch. Einmal verduchst du den Krieg ganz schnell. Einmal, und du kannst dir auch noch ein Reiseis suchen. Hier, weil du kriegst mir das mitgegern. Such dir was aus, was du gerne hast. Straßbisschall mit 9 Fischern und 700 Cent Gramm. Leg Platz 2. Wauuuu. Mein Glückwunsch. Auch noch ein Reiseis suchen. So, den dritten Preis von der Bütten Vogal Lanz. Hermann Benni, mit 12 Fischen und 56 Punkten. Wir haben den Vogal hier. Den kriegst du nicht. Wir sind hier drin. Trotzdem, mein Glückwunsch. Bevor wir nicht hier unten kommen, können wir trotzdem mehr. Trotzdem erstmal ein Reiseis. Was da haste. Was da haste. Ja, was da haste. So. Und wir haben noch einen vierten Preis. Den vergangen wir natürlich auf. Wenn wir das zurückgehen. Mit 8 Fischen und 65 Punkten. Bis zum nächsten Mal. Und dann. Mit 8 Fischen. Aber dann, wenn wir das anbieten. Das ist das. Wie hier? Und noch eine gute Wahl hier. Das ist übrig. Und nun mal die Götchen. Das ist ein schönes Ziel. Und jetzt im dritten Punkt. Dann geht doch das beim Abangeln in der Altstadt, September. Korb verangeln, ja, gut, Korb verangeln. Das muss ich ganz einfach, das müssen wir in der Nassenzeit öffnen. So bin ich mit 8 oder 10 oder noch oder so einstellt. Stopp! Stopp! Ja, ich darf es machen, dann ist noch die Presse dran.